Guten Tag, mein Name ist Marc Fadke, ich bin orthopädischer Schuhmacher und der Entwickler und Experte der Greenfeed-Schuh-Einlegesohlen. Ich bin heute und wende mich an Sie in eigener Sache unterwegs. Ich möchte eine neue Sohle präsentieren und zwar die Greenfeed-Venen-Support-Einlegesohle. Sie sehen, es handelt sich um eine sehr flache Einlegesohle, die aber nichts mit normalen Dämpfungssohlen dergleichen zu tun hat. Denn hier stehen Jahre der Entwicklung dahinter, die ich tatsächlich diesmal nicht alleine gemacht habe, sondern hier wurde ich unterstützt von Venologen, von Experten, von Sportwissenschaftlern. Und diese Erkenntnisse, die wir aus der Sohle gewonnen haben, diese sind in die Greenfeed-Venen-Support geflossen. Und ich möchte Ihnen diese Sohle jetzt präsentieren. Die Greenfeed-Venen-Support, wie der Name schon sagt, ist eine Sohle, die für die venösen Blutzirkulationen, arterielle Blut, venöse Blut, wichtig ist oder wichtig sein kann. Denn die Sohle macht nämlich folgendes, sie erhöht schlicht und ergreifend den Blutdurchfluss durch die Beine. Und was das alles für Vorteile hat, das möchte ich kurz erläutern. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil es doch sehr umfangreich ist das Thema. Und jetzt möchte ich das Ganze einfach mal kurz angehen und ich lese kurz was vor. Steigern sie ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Durch Blutdurchstörungen sind Erkrankungen der arteriellen oder venösen Gefäße oder eben beides. Nicht selten ist das Blut in den Beinen nicht richtig im Fluss. Es wird aufgehalten, es kann Unterbrechungen geben. Viele Betroffene haben daher ständig oder oft kalte Hände oder kalte Füße, weil die Durchblutung einfach nicht reibungslos funktioniert. Gefäßerkrankungen, die sich daraus entwickeln können, stehen nach wie vor an erster Stelle der Todesfälle sogar noch vor den Krebserkrankungen. Das ist ein Fakt. Schlecht durchblutete Gliedmaßen können sogar absterben und müssen amputiert werden. Natürlich in Extremfällen wie beispielsweise bei Diabetikern, wenn die Durchblutung oder die Störung eben nicht behandelt wird. Im Idealfall beugt man Durchblutungsstörungen natürlich vor. Und hier kommt die Sohle ins Spiel. Weit verbreitet sind nach Expertenangaben Durchblutungsstörungen der Arterien, etwa an den Beinen, können Engstellen oder Verschlüsse auftreten und mitunter für heftige Schmerzen sorgen. Kennt vielleicht der eine oder andere natürlich. In der Fachsprache ist in solchen Fällen von einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit die Rede. Kurz BAVK. Beim Gehen etwa schmerzen die Beine und wenn man anhält oder stoppt, wird es wieder besser. Sie kennen das vielleicht. Umgangssprachig ist daher von der sogenannten Schaufensterkrankheit die Rede. Das heißt, sie laufen durch die Stadt und wenn sie in der Stadt sind, halten sie an jedem Schaufenster an und gucken immer rein, was so los ist. Und leider geht es auch Leuten mit dieser arteriellen Verschlusskrankheit ebenso. Die heißt, die halten dauernd an, aber die gucken nicht ins Schaufenster, sondern sie müssen sich kurz ausruhen, damit die Schmerzen aus den Füßen wieder rausgehen. Genau, das ist das Problem. Gerade eben die Beine, in den Beinen hat das Blut den weitesten Weg zurück zum Herzen, ist klar. Daher sollte das venöse Blut beim Rücktransport aus unserem Herzen unterstützt werden. Und genau hier kommt die Sohle ins Spiel. Also was ist die Greenfeed Venensupport? Die wirklich revolutionäre Sohle ist medizinisch belegt, fördert die Durchblutung der unteren Gliedmaßen. Das heißt, wie das genau funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich. Genau, wir erhöhen mit dieser einige Sohle unsere Durchblutungsdurchschnittlich um 26%. Also tatsächlich sind sogar einige dabei, mit denen wir die Durchblutung der Beine, das heißt diese Pumpfunktion, diese einige Sohle bewirkt, dass einige bis zu 45% mehr Durchfluss in den Beinen am Durchblut haben. Auch Löwe zum Beispiel natürlich wird weiter transportiert als eben herkömmliche einiges, sondern auch Kompressionssocken zum Beispiel. Genau, wie gesagt, wir haben hier eine sehr flache Sohle. In dieser Sohle sind sogenannte 11 Pads verbaut. Diese Gelpads oder Memory-Schaumpads, verschiedene Varianten möglich, sorgen dafür, dass das in den Arterien das Blut beschleunigt wird und dadurch eben auch gleichzeitig die Waden und Flussfunktion unterstützt wird. Das heißt, wir bringen da so richtig Dampf unten in die Arterien und in die Venen rein, sodass das sauerstoffreiche Blut nachrutschen kann, dass sie mehr Sauerstoff im Blut haben und dass das Arterielle Blut weiter oder schneller oder besser zum Härten abtransportiert werden kann, ohne dass sie Wasser in den Füßen bekommen oder eben diese schwere Beine bekommen am Abend. Genau, außerdem ist die Sohle natürlich prädestiniert, um für ein trockenes Schuhklima zu sorgen, denn die Mikrofaser-Deckssohle nimmt die Fußfeuchtigkeit hervorragend auf und sorgt dafür ein sehr trockenes Schuhklima. Also, was können wir mit der Sohle erreichen? Es funktioniert wie folgt. Wir haben unsere Sohle, wir haben unseren Fuß. Gut, jetzt ist hier jetzt wurscht, hat jetzt natürlich keine Venen dergleichen, aber das Prinzip möchte ich kurz erläutern. Sie rollen praktisch hier ein und der Fuß rollt ja über die Ferse, Außenballen, Innenballen, Großziel raus. Und genau diese Pads ermöglichen es, wenn sie praktisch darüber rollen, schieben diese Pads sozusagen das Blut mit Schwung wieder zurück den Fuß hoch. Das heißt, die Durchblutung wird dadurch generiert, dass sie praktisch das Blut so nach vorne schieben. Indem sie praktisch einfach darüber rollen, schieben wir das Blut, vor allem das arterielle Blut, eben durch. Und dann kann es weiter zum Herzen abtransportiert werden. Und weil hier mehr Platz ist, kann mehr nachlaufen, ganz klar. Das heißt, die Durchblutung wird einfach dahingehend so weit gesteigert, dass wir hier wirklich mehr Durchblutung haben. Was bringt Ihnen das Ganze jetzt natürlich? Zum einen natürlich präventiv beugen Sie solchen Verschlusskrankheiten vor. Das heißt, Durchblutung findet gut statt. Wir haben so viel Dampf in der Durchblutung sozusagen, dass es solche Zwischenablage weniger schaffen, sich festzusetzen. Das heißt, die werden schön weitergeleitet. Und wir aktivieren wirklich mit dieser Einlinge die Waden und Muskulatur und dadurch können wir die Durchblutung einfach steigern. Genau. Was brauchen wir im Grunde alles? Wir lindern, wir erhöhen den Tragenfort, wir erhöhen Ihre Leistungsfähigkeit mit der Sohle. Wir stützen Sie auch etwas besser. Wir haben eine leichte Senkfußstütze. Wir bringen eine Linderung, eben wenn diese Probleme wie diese Arterienflusskrankheiten schon vorhanden sind, bringen wir eine Linderung. Und wir stimulieren die Wadenmuskulatur. Dadurch haben wir einfach wirklich mehr Leistung. Das ist tatsächlich so. Also es ist eigentlich nicht nur für Personen, die Probleme haben in diesem Bereich mit den Venen. Wir können Krampf alle natürlich vorbeugen, weil eben nichts verstopfen kann. Deswegen haben wir einfach besseren Durchfluss insgesamt. Und wir erhöhen natürlich die Leistung. Das heißt nicht nur Leute, wie gesagt, mit Problemen in der Durchblutung, sondern auch Leistungssportler. Personen, die ständig und immer Kompressionsstütze tragen wollen oder beim Sport Kompressionsstütze tragen wollen. Hier ist es tatsächlich so, wir erhöhen die Leistung. Denn stellen Sie sich vor, Sie laufen auf dem Berg hoch im Training, damit Sie für den Wettkampf wirklich mehr Sauerstoff und Blut haben. Mit dieser Sohle können Sie einfach beim Sport, wenn Sie laufen, dafür sorgen, dass Sie einfach, gerade wenn es dann hinten raus anstrengender wird und da langwieriger wird oder die Ausdauer nicht mehr so passt, dann schafft es die einige Sohle, die Blut zu weit zu steigern. Und das ist eigentlich ein riesen Vorteil, weil Sie haben einfach wirklich mehr Sauerstoff da, weil der Austausch besser stattfindet. Gerade in den Beinen, wie gesagt, hat das Blut natürlich einen langen Weg, um hochzukommen. Das heißt, die perfekte Fußanlage für alle, die ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen wollen, also wirklich Leistungssportler oder auch nur der Freizeitsportler, der wirklich ganz müde Beine hat, kommt hier durch. Wir haben eine signifikante Steigerung der sauerstoffreichen Durchblutung. Und das ist das Wichtigste. Also, schwangere Leute, Damen, wir haben Leistungssportler, wir haben den Alltagsmenschen, der im Beruf immer viel stehen muss. Wir haben, ja, der Postbote, der viel laufen muss. Ist egal, im Grunde wirklich jeder, der der Meinung ist, ein bisschen mehr Durchblutung schadet nicht oder auch vorbeugen möchte oder seine Leistung steigern müsste, für den ist diese Einlegesurde wirklich empfehlenswert. Denn trotz des simplen Designs haben wir hier wirklich eine sehr tolle Wirkung. Wie gesagt, das Ganze ist wissenschaftlich-medizinisch belegt. Wir haben durchschnittlich, aller Probanden, wurden in dieser medizinischen Untersuchung festgestellt, 26 Prozent Steigerung und in der Spitze bis zu 45 Prozent mehr Sauerstoff, mit mehr Durchblutung oder eine verbesserte Durchblutung als ohne diese Einlegesurde. Damen, wir Herren, alles besser. Und das Wichtigste ist eigentlich auch, gerade für Personen, die Kompressionsstruppe tragen müssen, sie brauchen ihre Kompressionsstruppe nicht. Stellen Sie sich vor, sie haben ihre Sandalen an, ihre Sommer-Flipflops, dengleichen, und haben das früher nicht getragen, sondern haben ja gesagt, na gut, ich möchte eigentlich keine kurze Hose, einen Rock anziehen, weil die Kompressionsstrumpen sind nicht so ansehnlich und es ist auch unangenehm, ich gehe nicht gern raus. Ja, das hat jetzt ein Ende. Denn mit der Sohle können wir wirklich Kompressionsstrumpfe ersetzen. Es gibt natürlich auch Sport-Kompressionsstrumpen, die nicht so schrecklich aussehen, aber die haben nicht die Leistung wie jetzt ein medizinischer Kompressionsstrumpf. Natürlich, wir können mit dieser Sohle sogar die Leistung der Kompressionsstrumpf übertreffen. Das heißt, legen Sie Ihre Einlegesohle, nehmen Sie die hier raus, legen die Greenfeed Venensupport in Ihre Schuhe ein und lassen Sie Ihre Kompressionsstrumpfe mal im Schrank. Und Sie werden feststellen, an dieser Stelle werden Sie den selben Effekt haben, das in Ihren Sneakern, sogar in Ihren Flipflops. Das heißt, Sie können hier diese Linie raustrennen und die Sohle dann in Ihre Flipflops einlegen und haben dann auch diese Durchblutung dieselbe Wirkung in Ihren Sondalen, egal wo Sie Platz haben für diese einige Sohle. Und wir haben hier circa 4 mm. Das heißt, nehmen Sie Ihre Decksohle heraus und dann haben Sie Platz. Wir arbeiten derzeit noch an einer dünneren Variante. Diese ist jetzt hier mit 3 mm noch etwas dünner. Dasselbe Aufbau, nur eben mit einer Barfuß-Mikro-Faser-Decksohle, die noch besser Fußschweiß aufnehmen kann und Unterbau eben Krog. Derzeit haben wir hier die rutschfeste Variante noch im Sortiment mit dieser Ausstanzung. So können Sie wirklich in all Ihren Alltagsschuhen mit der Brilliant Support ausrüsten und Durchblutung steigern. Und die Bewertungen, die wir schon haben, sprechen für sich. Wir haben jetzt das Produkt noch nicht lang auf Lager. Aber nenne ich hier jemanden in Wanderschuhen? Ich bin jetzt auf jeden Fall gut. Einige Sterne 4. Kann man nur empfehlen. Sehr gute Qualität. Hat vor einigen Zeiten... Genau, also jetzt wirklich die Kunden sprechen auch für das Produkt. Was natürlich auch zu erwähnen ist, es gibt Menschen, die wenig Durchblutung steuern. Da ist es natürlich durchschnittlich 36. Es gibt natürlich auch, wo weniger sich steigert die Durchblutung. Also bei Menschen, die eine gute Durchblutung haben. Ist der Effekt natürlich nicht so groß wie bei Menschen, die eine gute Durchblutung haben. Das ist natürlich zu erwähnen. Aber, wie gesagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. In der Uni in Karlsruhe konnten wir das feststellen oder erstellen lassen, dass das Produkt funktioniert. Und hiermit haben Sie Ihren Venenleiden, haben damit Ihre Venenleiden ein Ende. Lassen Sie Ihre Kompassungsstrüffel daheim. Ziehen Sie Ihre kurzen Hosen und Ihre Röcke wieder an. Und gehen entspannt durch den Sommer. Denn das ist das Produkt, was Sie sich jetzt anschaffen sollten, damit Sie da keine Probleme mehr haben. Wir von Greenfeed sind immer bemüht, hier weiter Produkte für Sie zu entwickeln. Sei es orthopädische Produkte oder sei es jetzt hier mal was ganz Neues in dem Venenbereich. Man kann sehr viel mit einigen sollen machen. Und deswegen sind wir von Greenfeed, speziell ich als orthopädische Schuhmacher, ein vorderster Front für Sie und möchte weiter für Sie Produkte entwickeln. Und hierzu bitte ich Sie einfach uns zu abonnieren, wenn Sie mögen. Und die Glocke zu aktivieren, wenn Sie Neuigkeiten haben, dass Sie sie auch als erstes mitbekommen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte Ihnen letztes Mal die Sonne ans Herz legen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.